Auf dem Desktop Auf dem Post Jumping Sin ähm ähm äh ah jetzt 2.000 Tymbu 2.000 Tymbu 2.000 und die konnten nicht zu sehen oh, die haben auch hier ja, was ist das? äh, eine Stiftung bis 2.80 gebaut, um zu bekommen lautlos blablabla ja, wenn auch die Tür mit dem Herzen, haben wir auch ein Produkt mit dem auch damit kann deine Katastrophe werden und die 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 wurden die Anivas die Ja. Ah, ich hatte ihn schon. Echt warum? Genau! Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Achso, ah Leute. Das Spiel ist sehr energisch, was das Sound angeht, oder? Achso, sehr energisch. Äh, ja, ich übernehme jetzt einfach mal. Aber ist ja plötzlich schon eingeschalten? Anscheinend. Okay, Programme hinzufügen, entfernen. Ich bin auf der Kürze. Ich bin auf der Kürze. Skill. Geh aubin. USB-Laufwerk an dem PC anstösen. Hä? Aber ich hab doch gar kein... ...Mittleskaufen mehr hier, oder? USB-Laufwerk. Kragen, schön. Lüfter ohne Ende hier. PC-Gehäuse. Achso, ich will grad gucken, ob ich mich ducken kann. PC-Gehäuse, PC-Gehäuse, PC-Gehäuse. PC, LED-Betriebssystem. Okay, cool. Mal kurz überlegen. 1, 2, 3, 4. Ähm... 2, 3, 4, 5, 6, 7, und Windows. Kabel hier so ist nicht ich finde den Soundfort von Skull gerade ganz cool USB 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 Kabel Ehm Viren Scanner Virenscanner scannt Viren. Fusio. Der macht das mal kurz, aber ich habe jetzt keinen USB-Sick und vor oben hin gehabt, oder? Das sieht zumindest nicht so aus. Äh, kommt, muss nur gestartet werden, um die Änderung zu machen. Okay. PC neu starten. Du 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 du. Der PC startet neu, neu und neu. Viren beseitigen. Scan starten. Daten säubern. Du hast alle Viren beseitigt und der PC kann an den Kunden zurückgegeben werden. Nimm den PC mit Viereck wieder blablabla. Okay, cool. Ich muss irgendwie erstmal runterfahren. Gut, das kann ich einfach so nehmen. Okay, cool. Sporting zu müssen ein bisschen Zeit. Großartig. Jetzt musst du nur noch deinen Lohn einstreichen. Oh, was gibt es denn für Viren-Scan? Ähm. Wir haben 100 Dollar verdient. Krasser als das. Geht bald nicht mehr. Ähm. Hallo. Vielen Dank für mich. Entschuldigung. Entschuldigung. Du musst mir 15 Dollar für Sprit besorgen. Du weißt, wie es ist. Danke dafür. Hintergrundbilder haben wir da so. Ja. 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 Ich bin da fraglich, aber ich finde das irgendwie cool gerade. So. 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 Ich hätte das cool. In der Version geht es sowieso immer. Oh, was macht das hier? Bisschen dunkel und so. Guild of Guardians. Heart of Stone. Heißt du wirklich Heart of Stone? Das heißt du bist Heartstone oder? Ocean Lab? Kenn ich gar nicht. Fort Fight. Soccer. Okay. Knüpfer wird eigentlich hier da ran. So. Shop. Okay. Okay. Kann ich einfach PC bauen oder verkaufen? Oder äh. Of. Was ist jetzt da angelegt? Das ist meine Frage. Was passiert dann mit Geo? Wie kann es das tun? den Tag beendet und zum nächsten Punkt auf der Köln wir haben für den Dokument das war das Doppel drücken muss wo fangen wir an ja wir uns kennen hallo ich wollte mich für die repartor meines pc bedanken jetzt fährt er schneller hoch als seit jahren ich habe nur die viren entfernt und hatte nicht gewusst dass ihr onkel nicht mehr da ist doch offenbar ist sein geschäft in guten händen ich habe jetzt ganze stufe 1 bereit für bootvorgang hier bereits für bootvorgang viren beseitigen staubreinigung ok annehmen jawoll den nehmen auch erst mal an ziel mortoni oder besser installieren ok cool budget 265 arbeit 260 grafikkarte ersetzen schien geforce gtx 970 gamer oder besser installieren bis zum nächsten Mal